Hallo, da sind wir wieder, Peep und Kitschig. Wir sind jetzt im Nichts gelandet. Damit hatten wir nur auch nicht gerechnet. Aber wir wären ja fast gestorben, weil dieser komische Drache, der dann von Clarell gestört wurde, könnte man sagen, der wollte uns ja im Grunde umbringen. Das sah ganz schön gefährlich aus. Und es sah eigentlich aus, als ob wir es nicht schaffen würden, davon wegzukommen. Aber Clarell hat ihn, hat seine Absichten unterbunden. Ich schätze mal, allerdings wird sie es nicht geschafft haben zu überleben. Die ist bestimmt tot. Die ist Feinde. Ja, gibt's. Klar. Unfreundliche Geister gibt's hier. Und ja, Monen. Da ist es ja wieder schade, dass hier Zolas nicht dabei ist. Stimmt's. Ja. Das hätte er, glaube ich, genossen sein. Da ist er auch sehr hilfreich, wo er ganz gute Anmerkungen bringt. Aha. Nun ja. Diese Art ist unheimlich. Ja, das ist er. Aber guck mal, das ist für uns ganz positiv. Ah, Marki Plus 1. Das hat sich gelohnt. Ja. Nochmal rund um zu laufen und zu gucken, was es hier so alles gibt. Hä? Eine Treppe, aber man kann sie nicht benutzen. Aber man kann sie nicht benutzen. Nö. Sehr merkwürdig, das alles hier. Das Wasser scheint nicht giftig zu sein. Die ist alles etwas grünlich aus. Ja, die ist eine dicke Zunge. Ach, das sind nur mehr von der Sorte. Und alle strecken die Zunge raus. Mhm. Ach, ein Buh. Ein Buh. Wanderungen im Nichts. Er triebt doch eingefrorene Momente. Okay. Ja. Wahrscheinlich würde es so. Das ist Ihnen ganz gut verstehen. Ja. Die Menschen sind direkt Freunde. Guck mal, ihr habt seinen Sessel sogar mitgebracht. Mein Lieblingssessel. Mein Lieblingssessel zu Hause. Ja, dann sitzt er ja irgendwo in so einem Häuschen und träumt gerade von nichts. Wer weiß das schon? Tja. Kommt man nicht hoch? Nee, da kommst du auch nicht hoch. Ach, Quack. Kannst du das aber fein. Und springen kannst du erst richtig gut. So, diese Seite hätten wir abgegrast. Ich meine, an der Stelle würde ich natürlich nicht immer ein Fasser geben, aber es gibt nicht, ob es nicht doch immer irgendwo so tiefer ist, oder? Und wieder diese heraushängenden Zungen. Ja, halt. Wir müssen uns umsehen. Machen wir auch. Schon dabei. Die Ängste der Träumer. Sollten wir uns vielleicht ein wenig umsehen? Sollten wir, jawohl. Bestimmt, wenn du das sagst. Manche, wir finden hier Getränke von Zedas. Wer weiß. Konskriptionsbier. Weiß ja nie. Was haben wir denn hier? Eine Kerze. Und wofür ist die gut? Die Ängste der Träumer stand da? Keine Ahnung. Vielleicht muss man ja jetzt Kerzen sammeln. Meinst du, wir müssen Kerzen sammeln? Ja. Kerze platzieren. Wir müssen die Kerze hier platzieren. Und dann nehmen. Aha. Finde eine weitere Angst. Ach so, jetzt soll man was nehmen. Ja, stand doch da. Oh, Magie plus eins. Ja, da bist du dann. Ganz groß und deutlich. Ja, ja. Schon gut. Eine Bitte des Kriegers an die Geister. Ja. Ich führe auch einen Hund. Oh, ich weiß nicht so aus, als ob die Figur einen Hund darstellt. Oh, ich weiß nicht. Ja. Oh, ich weiß nicht so aus, als ob die Figur einen Hund darstellt. Und ich weiß nicht so aus, als ob die Figur einen Hund darstellt. Ich weiß nicht so aus, als ob die Figur einen Hund zu erlauben. Da ist ja jemand. Manchmal stirbt der Marker etwas. Manchmal stirbt der Marker etwas. Hmm. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das Weinen eines Kindes, wenn der Erzdämon am Himmel kreist. Jedes Wimmern eines Zwerges in den tiefen Wegen. Der Albtraum hat gut gespeist. Oh, verdammt. Ja, lass mal hören. Könnt ihr uns helfen, das Nichts wieder zu verlassen? Aus diesem Grund bin ich zu euch gekommen. Als ihr in Haven das Nichts betreten habt, hat der Dämon einen Teil von euch geraubt. Bevor ihr irgendetwas anderes tut, müsst ihr es wieder erlangen. Dies sind eure Erinnerungen, Inquisitor. Das sind unsere Erinnerungen. Ja, das sind die Erinnerungen, die uns quälen. Die Quälgeister wahrscheinlich. Die uns vielleicht quälen werden, wenn wir sie dann haben, die Erinnerungen. Wieder zurück haben. Ich hab keine Ahnung. Lassen wir uns drauf an. Halten um Erinnerungen, was stand da hier? Wieder zu erlangen. Ja, ich bin ja schon da. Warum tut ihr das? Ausgerechnet ihr! Wie machst du das? Halt er. Was geht hier vor? Das ist Gitsche. Bringt mir das Opfer. Das war wohl Koryphäos. Wahrscheinlich. Dies ist die Stunde unseres Sieges. Warum tut ihr das? Ausgerechnet ihr. Bringt das Opfer zum Schwein. Zum Schwimmen. Hilfe! Jemand muss mir helfen! Was geht hier vor? Was geht hier vor? Was geht hier vor? nicht von Andraste. Es kommt von der Kugel, die Korrefeus bei seinem Ritual verwendet hat. Korrefeus wollte den Schleier zerreißen, mithilfe des Ankers das Nichts betreten und die Tore der schwarzen Stadt aufstoßen. Und zwar nicht für die alten Götter, sondern für sich selbst. Als ihr jedoch seinen Plan durchkreuzt habt, ließ die Kugel stattdessen euch den Anker zuteil werden. Tja. Das war natürlich nicht Andraste, das haben wir schon vorher gedacht, oder? Dann war das also was? Ein Unfall? Ein zufälliger Querschläger in der Hitze des Gefechts? Und wenn dem so wäre, dann war weder der Erbauer noch Andraste in irgendeiner Weise an all dem beteiligt. Ich bin nur... Wenn ihr an den Erbauer glaubt, dann glaubt ihr auch, dass er diese Welt und alles in ihr erschaffen hat. Einschließlich eures Unfalls. Und wenn ihr nicht an ihn glaubt, hat sich auch nichts verändert. Genau. Ihr könnt erst dann aus dem Hort des Albtraums entkommen, wenn ihr alles zurückerlangt habt, was er euch genommen hat. Ihr habt einen Teil eurer selbst zurückgewonnen. Aber er weiß jetzt, dass ihr hier seid. Ihr müsst euch beeilen. Ich werde euch den Weg bereiten. Habt ihr etwas auf dem Herzen, Hork? Es waren graue Wächter, die die göttliche in dieser Vision festgehalten haben. Ihre Taten haben dazu geführt, dass die göttliche jetzt tot ist. Ich bin davon ausgegangen, dass er ihren Verstand beherrscht hat. Ihr selbst habt schon gesehen, wie er das getan hat. Nun kommt. Wir können uns streiten, wenn wir von diesem finsteren Ort entkommen sind. Worauf ihr euch verlassen könnt. Tja. Ich bin der göttlichen nie begegnet. Denkt ihr, das war wirklich sie? Ich weiß es nicht. Wenn es ein Geist ist, verhält er sich nicht wie einer. Und kein Dämon wäre so hilfsbereit gewesen, ohne dafür eine Gegenleistung zu fordern. Und der Albtraum? Nach dem, was sie erzählt hat, bin ich nicht sonderlicher Picht darauf, ihm zu begegnen. So wie es sich angehört hat, nährt er sich von der Angst und stiehlt den Leuten ihre Erinnerungen. Das ist niederträchtig, selbst für einen Dämon. Erinnerungen machen uns zu dem, was wir sind. Und ein Monster stiehlt sie uns? Darüber will ich nicht mal nachdenken. Nach dem, was er meinen Brüdern und Schwestern angetan hat, bete ich dafür, dass wir einen Weg finden, ihn zu vernichten. Na gut, jetzt müssen wir erstmal den Weg nach draußen finden. Ja, das ist vorrangig wichtig. So, was haben wir hier? Um die Sachen angucken, wo wir die überfinden können. Ängste der Träume ist immer gut. Ein Rätsel. Ja. Da gehen wir mal gucken. Ich meine, wir haben hier ja schon mal ein Spiel Sachen gekriegt. Ja, schon zweimal Magie plus eins. Das ist ja nicht zu verachten. Entschuldigung. Aber hier muss man sich wohl alles ziemlich genau angucken. Die Kerze ist ja genau. Die Kerze hat nichts gemacht, nichts gesagt. Na gut. Na gut. Halt. Ja. Da kann man sich ganz schön vollladen. Kann man sich hier. Ah. Ich habe Angst für kleine Sachen, so wie Regen und so. Aber es ist ja egal. Es ist ja immer irgendwelche netten kleinen Sachen versteckt. Ach, hier kommen mal wieder ein paar Freundchens. Stimmt, sind die ja eigentlich nicht hier. Nö. Bis jetzt jedenfalls nicht. Ah, da hinten ist irgendwas. Ein Untersuchen. Ein Brief mit zittriger Handschrift. Die Kerze Ja, wohl ganz schön ansteckend, diese dunkle Brot. Ja, klar. Alexis, der Sohn, ist ja die Krankheit, die er hatte, die ihn dahin gebracht hatten. Ja, klar. Das ist ein Sichtum. Dauert wohl eine Weile, aber das... Ja, Felix meint der, ja. Ja, Felix. Also Alexis Sohn, ja. Da hinten noch was, nein. Ein paar Feinde. Ja, da unten sind wir auch wieder ein paar. Hier geht's wohl runter, jawohl. Da hinten, nee. Ah, wir haben Besuch. Ein törichtes kleines Mädchen ist hier, um die Angst zu stehlen, in deren Last ich ihr freundlicherweise von den Schultern genommen hatte. Ihr hättet mir danken und eure Angst dort lassen sollen, wo sie war. In Vergessenheit. Oder denkt ihr etwa, der Schmerz würde euch stärker machen? Welcher Narr hat euch einen derartigen Unsinn in den Kopf gesetzt? Ich glaube, du kannst hier, muss hier gut... Der Einzige, der durch eure Angst stärker wird, bin ich. Aber ihr seid Gast hier in meinem Heim. Also lasst mich euch bitte zurückgeben, was ihr verloren habt. Gut. Vielen Dank. Die Mars-Klauen. Konntest nicht wieder austoben, hm? Ja. Aha. Kräuter, so, so. Die alten Elfen, warte mal. Oh. Also alte elfische Magie, ja? Oh, wie. Ja. Oh-oh. Ganz schön schlimm. Ja. Ja. Ja, da kann man schlecht wieder laufen. Ja. Man kann auch schlecht sehen. Ja. Blumen. Präsentiere den Grund, besitze den Gegenstand. Musst du jetzt irgendwo ablegen? Ich nehme an, den muss ich wieder irgendwo hinlegen. Ja. Aber wo? Ich muss ja dann eigentlich irgendwo A sein. Wo hast du es denn so gerade eigentlich gelesen? Hier oben. Auf dem Sockel, auf dem ich gerade war. Ah, gut, das können wir ja noch irgendwie... Wer kämpft da vorne? Ja, aber wieder so ein paar komische Dinger. Ich hatte mit Schlimmerem gerechnet. Diese Gegner sind vermutlich nur Diener des wahren Dämons. Schade. Ja, klar. Das nehmen wir mal ein, ja? Also hier. Aha. Blumen platzieren. Genau. Konstitution plus eins. Danke. Ich sollte vielleicht mal speichern. Ja, solltest du wirklich mal speichern. Außerdem sollten wir sowieso speichern. Wir hören jetzt auf, auch. Weil ich meine, wir haben ja schon die Zeit eigentlich ab. Ich habe gar nicht drauf geguckt. Ich habe so geguckt, wo die hinläuft. Weil ich wissen wollte, wo die Blumen ablegen soll. Irgendwie faszinierend hier. Ja, ja, genau. Okay, dann hören wir jetzt aber auf und machen dann ja nächste Folge weiter hier im Nächsten. Na gut. Okay, bis dann. Bis dann. Tschau. Tschüss.